Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Create Arma 3. Ihr kennt das Projekt bereits, jetzt ist die Staffel 3, Episode 1, ich möchte die Folge nutzen, um ein bisschen was loszuwerden. Und zwar, dieses Projekt wird jetzt ab sofort einmal wöchentlich kommen, immer sonntags um die Zeit 14, 15 Uhr. Vielleicht starte ich es auch schon ab 10 Uhr, auf jeden Fall an dem Tag, wo es das erste Mal durchkam. Ich denke eher so 10 Uhr, dann wenn die Leute aufstehen, können die Leute dann auch sich das Video schon angucken. Dann wird es einmal wöchentlich ein Let's Create geben. Was ist Let's Create? Nun ja, Let's Create ist eine Folge, wo wir zusammenbauen, wo wir ein bisschen mitentscheiden können, wenn ich eine Folge entscheide. Wer sagt, hey cool, setzt da vielleicht noch ein paar hin oder vielleicht noch mal ein paar Ideen mit einwerfen. Und am Ende werden wir die Mission spielen. In der Staffel 1 habe ich damals eine Map angefangen auf Sarani, Problem. Wir haben Sarani jetzt nicht mehr im Preset, beziehungsweise ist es voll verpackt, da kann ich nicht weitermachen. Zweites haben wir Tagestarm weitergemacht, Problem. Einfach das große Problem bei Tagestarm ist, haben wir die Inserts-Team-Map gemacht. Ein Inserts-Team-Map ist an und für sich was sehr Interessantes. Das Problem ist, der Spielmodus ist ein bisschen ausgelaugt und deswegen ist das so eine Sache. Vielmehr wollen wir jetzt wieder eine neue Episode anfangen, eine neue Staffel. Und zwar fangen wir das Ganze diesmal im Eden-Editor an. Bedeutet, diese Folgen kommen auch nur in Deutsch, also da braucht ihr euch nicht wundern. Ähm, diese Folgen kommen nur in Deutsch. Ich hatte hier bereits eine englische Einblendung gemacht, dass das Let's Create leider nur in Deutsch kommen wird. Mein Let's Create doppelt aufnehmen werde ich nicht tun. Und die deutsche Community liegt mir nun mal am Herzen und deswegen werde ich da weiter fördern, denn das ist mein Ursprung und das wird auch weitergehen. Diesem Projekt werden wir etwas bauen, eine Map für uns, eine Karte für uns bauen. Nicht eine Map, eine Mission, das muss man ja dazu sagen. Ähm, und diese Mission werden wir dann im Endeffekt spielen. Wir bauen das mit dem vollen NTF-Preset. Leider gibt es ein Problem momentan von Ace 3, Status 8, der erste 2016. Ihr seht mein Desktop, warum habt ihr nichts im Hintergrund, liegt einfach daran, ich höre zum Editor immer wieder Musik. Und das Problem ist, wenn ich jetzt anfange zu sagen, okay, ich blende die Musik mit ein, dann haben wir ein Problem, die GEMA. Die GEMA würde das Video schneller sparen, als man drei sagen kann und ich brauche zum Editor einfach ein bisschen Musik. Ich schaffe es nicht zu sagen, okay, ich gehe in den Editor ohne Musik. Das schaffe ich einfach leider nicht und dafür bitte ich um Verständnis. Ähm, als weiteres wollte ich sagen, wie gesagt, ich versuche ein bisschen zufallsgenerierte Sachen reinzumachen. Wir arbeiten ja auch mit Duck, mit verschiedenen Skripten werden wir im Laufe der Zeit arbeiten. Bedeutet also, wir werden auch ein bisschen zufallsbasierte Routen machen, sodass nicht alles von der Map absehbar ist. Und vielleicht werde ich kurz vor Release der Map das Ziel nochmal ein bisschen verschieben, dass wirklich auch die Leute, die vielleicht zugeschaut haben, sich trotzdem wundern, okay, es war doch nicht da, ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Aber der Größteil der Karte wird hier entstehen mit unseren Werken, mit euren Werken, mit eurer Hilfe, mit eurer Zusammenarbeit. Eine Folge wird ungefähr 15 bis 20 Minuten gehen, denke ich. Es ist so eine Art Let's Play, aber allerdings werde ich auch hier versuchen viel zu zoomen. Ich möchte das Ganze jetzt nicht nur so machen, dass man sagt, okay, ich uploade das und möchte das schneiden. Des Weiteren bitte ich euch um Feedback dazu. Das ist mir ganz, ganz wichtig bei dem Projekt, weil es war so bei der letzten Let's Create, da waren dann plötzlich zwei Dislikes da und sechs Likes. Und es war schon fast so ein bisschen ausgegleitet zwischen zwischenzeitlich. Und ich habe mich gefragt, Mensch, lag es jetzt an mir? Liegt es an dem Projekt? Ist das Projekt eine scheiß Idee? Gib mir dazu Feedback und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit einem Like unterstützt bei dem Projekt. Vielleicht auch mit einem Abo, wer mich als erstes Mal sieht. Denn hier habt ihr auch die Möglichkeit, so ein bisschen live zu sehen, wie ich bearbeite. Ich werde das Ganze an Karten machen, also ich werde keine Schnitte zwischendurch machen. Auch ich bin nicht perfekt, ich werde mich verhaspeln. Erwartet jetzt hier also nicht eine professionelle Arbeit im Sinne von, dass das dauerhaft ist mit einer Aufnahme und so weiter und so fort. Es kann also sein, dass ich mich etwas verhasple. Das ist natürlich möglich, denn der Editor ist sehr komplex, wie wir wissen. Und das Schöne ist hier, wir werfen hier mit einem Blick auf den Eden Editor. Somit bekommt ihr schon den Eindruck und wahrscheinlich, wenn wir die Mission fertig haben, wird der Editor so wahrscheinlich released werden. Ich denke, noch zwei Monate wird es dauern und vielleicht mit acht Folgen schaffen wir eine Mission gut. Ich glaube es nicht, aber zumindest einen großen Teil der Mission. Wir werden sehen, wie wir es packen. Wir werden die Ausrüstungskripte machen. Wir werden verschiedene Sachen machen. Und das Beste, ihr seid live dabei und seht die Befehle. Ich werde die Befehle allerdings nicht ausführlich erklären, nicht so ganz. Weil für die meisten Befehle habe ich entweder schon ein Tutorial gemacht oder es kommt noch ein Tutorial. Wenn ich jetzt also anfange, hier im Let's Create so anzugehen, wie als ob ich ein Tutorial mache, dann würde das Let's Create nie fertig werden. Und mein Ziel ist es diesmal, das Ganze durchzuziehen. Einmal wöchentlich, wie gesagt, immer sonntags. Welche Uhrzeit ganz genau, da bin ich mir momentan in dem Status immer noch etwas uneinig. Aber ich hoffe, dass am 10.1. bereits die erste Folge kommen wird. Das ist zumindest mein Ziel, woran ich arbeiten will. Aber auch da ist die Frage, schaffe ich es, schaffe ich es nicht. Wir werden sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. In der ersten Folge wird es also ein bisschen Smart Talk sein. Wir suchen uns erstmal die Karte ein bisschen aus. Wo bauen wir und suchen uns einen Startpunkt für uns aus, wo wir unsere Einheiten starten lassen. Wir haben eine größere Auswahl. Wir haben Tschernoros, wir haben Sommer Tschernoros, wir haben Takistan, wir haben Utes, das fällt schon raus, viel zu klein. Zagabat, wir haben Isla Duala, Isla Pandera, Ensi Vasugo, Alrayak, Altis und Sharpur. Ich persönlich bin ja ein Freund von Tschernoros. Ein Problem bei Tschernoros ist aber leider, dass es kaum begehbare Hörhäuser gibt. Und das ist immer so eine Sache. Dann haben wir noch Sommer Tschernoros, das sieht ein bisschen grüner aus, ist das selber. Aber eigentlich nur, dass die Landschaft etwas grüner ist. Dann haben wir Takistan, eine Wüstenmap, meiner Meinung nach sehr, sehr ausgelaugt, da das ständig gespielt wird. Wir haben Utes, wir haben Zagabat. Zagabat ist eine schöne Map, wenn man eine CQB-Mission machen will. Für die Leute, die das noch nicht wissen, was CQB ist, das ist quasi Kampf auf nächster Distanz. Quasi Häuserkampf, so ein bisschen in der Stadt. Das nennt man CQB Close Combat Quarter, CQB Close Quarter Combat oder so. Battle, 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 Close Quarter Battle heißt das, glaube ich. Jetzt müsste ich googeln, bitte flammt mich nicht. Wir haben jetzt hier die Isla Doana Map, Isla Pandera, Enziva Sogo, Alrayak und wir haben Altes und wir haben Sharpur. Und ich bin der Meinung, wir sollten mal auf einer Karte probieren. Und zwar würde ich gerne auf einer Wüstenmap spielen oder auf einer Dschungelmap. Und ich finde, wir sollten vielleicht mit Enziva Sogo anfangen. Das ist meine Map, die wir für uns heute entscheiden werden. Denn diese Mission werden wir dann auch als Community-Mission anbieten und gemeinsam zocken und suchten, wenn sie fertig ist. Allerdings wird da ein paar Wochen in der Stadt gehen, denn ihr wisst ja, immer so eine Sache. Aber vielleicht habe ich ja die letzten Folgen, wenn diese Feindschiffe kommt, bereits voraufgenommen. Das kann natürlich sein. Ich werde mal 1, 2 Folgen voraufnehmen. Und dann spielen wir die Mission schon, dass ihr die letzten Folgen vielleicht erst nach der Mission seht. Man weiß es noch nicht. Wir finden uns im Editor und Ace hat eine Angewohnheit, das wollte ich vorhin noch sagen. Und zwar, wenn wir jetzt einmal Preview klicken, können wir nicht, also dann stürzt Arma einmal generell immer ab. Bedeutet also, wir können, wenn wir Preview klicken und funktionieren, ob wir das alles funktionieren, müssen wir uns sicher sein, dass wir Arma einmal neu starten müssen. Das ist ein aktueller Bug von Ace. Der ist mal unter einer Behebung. Wer meine Arma-News gesehen hat, weiß, dass es ein Bug von Ace ist. Wer jetzt vielleicht das erste Mal auf meinen Channel zuguckt und sieht, okay, hier, der macht Arma-Videos. Ich mache auf meinen Channel noch viel, viel mehr Videos über Arma. Arma-News, Arma-Mod-Vorstellungen, Arma-Editor-Tutorials, wie ich schon gesagt habe. Kortsequenzen, Missionsmitglieder. Eigentlich gibt es auf meinem Channel so rund alles für Arma. Also von daher, wer Arma lernen will, wer Arma was wissen will, wer einfach nur ein bisschen Unterhaltung über das Thema Arma will, der ist bei meinem Channel ganz richtig. N-Sieber Sogo würde ich sagen, fangen wir an. Dann, ein Nachteil bei N-Sieber Sogo ist, mit Fahrzeugen ist das Ganze ja schlecht begehbar. Beziehungsweise, wir haben ein Problem. Und zwar, ähm, was heißt mit schlecht begehbar? Ähm, die richtigen Bases, die Militärbases sind zum Beispiel hier unten. Ich kann mal ganz kurz hingehen, ich muss kurz ranzoomen. Hier unten haben wir eine Militärbasis. Warte, wo ist die denn jetzt hin? Wo ist die denn jetzt hin? Bin ich denn blind? Irgendwo ist ja eine Militärbasis. Nicht so sicher. Ach, hier unten ist die. Und diese Militärbasis kann man natürlich entweder nur mit Schiffen verlassen, wir schwimmen, das ist eine Möglichkeit. Oder wir, ähm, oder wir, ähm, ja, lassen uns rausschliegen. Ähm, und jetzt die Frage, die wir vor uns stellen müssen, welche Alternative wollen wir? Wollen wir sagen, dass wir, okay, so hier ein bisschen starten, vielleicht eine Militärbasis im Dschungel bauen? Das können wir auch machen, dass wir sagen, okay, wir bauen einfach eine Militärbasis. Oder wir werden sagen, okay, ähm, ja, sag schon, Wort fehlt gerade. Ähm, Dingsda, Bumsda, verstehst du? Ähm, oder wir sagen hier, okay, wir nehmen die Militärbasis und wir brauchen halt einen Piloten. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle und noch nicht so richtig weinig bin. Und, ähm, ich tendiere zu zwei Sachen. Auf der einen Seite hätte ich voll Bock, etwas zu bauen. Ich hätte voll Bock zu sagen, okay, wir bauen eine Militärbasis. Auf der anderen Seite habe ich, da bin ich auch ein Performancefreund und ich bin kein Freund davon, so viel hinzustellen. Also ich bin immer einer für Deko, bin ich ein Freund von. Aber man muss halt schauen, dass man irgendwo auf die Performance achtet. Also auch hier müssen wir einen guten Komplex in einer Mitte finden. Oder wir sagen einfach generell, okay, wir starten in ein Dorf, was vielleicht ein bisschen umfunktioniert wurde. In ein Dorf, so ein bisschen in einem kleinen Dorf. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen um, vielleicht gibt es da auch was. Ähm, der ersten Folge, ich werde noch keine zweite Folge aufnehmen, damit diese Frage beantwortet werden kann. Ich hoffe, ich habe vor, im Laufe der Woche aufzunehmen, ich hoffe wirklich, in der Woche vom 11. bis zum 15. Also am 17. kommt eine Folge. Das Problem ist, ich bin jetzt richtig auf Arbeit und es wird sehr stressig. Und ich würde gerne von euch auch die Meinung hören, wenn wir vielleicht noch eine Kleinigkeit ändern wollen und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, wir haben unsere Militärbasis schon gefunden. Das ist jetzt, das sieht jetzt nicht nach einer Militärbasis aus, und wenn wir hier ein paar Feinschliffe machen, werden wir das machen. Ich hoffe, vielleicht nehme ich auch vor auf, ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen, ähm, aber wenn ich also eine Folge später auf Kommentare oder Vorschläge eingehe, bitte lasst euch nicht wundern. Ähm, das Ganze ist ein It's Great Projekt und natürlich werde ich, wenn ich in der Laune bin, aufnehmen, so gut ich will. So, wir haben hier eine Basis meiner Meinung nach, ist ganz gut. Warum? Wir haben eine große Stadt in der Nähe. Das kommt immer gut. Wir schauen mal hier noch, was soll ich noch? Oh, hier ist doch auch eine kleine Militärbasis. Das können wir doch nehmen. So eine kleine Militärbasis, doch auch nicht schlecht. Das können wir doch tatsächlich machen. Das können wir doch tatsächlich machen. Ah, oder warte mal, was gibt es denn noch? Hier ist eine Militärbasis. Hier ist auch noch eine, wenn ich das richtig sehe. Nein, das ist nur Wasser, Tom. Der war meint. Mama hat mich gedrollt. Tankstelle, die auch blöd sind. So. Ja, schauen wir mal hier. Das sieht auch, na, hier, na, das sieht gut aus. Oder hier vielleicht so ein bisschen mittig, da haben wir so ein mittig, ist auch falscher Begriff, ne? Aber wir haben auf jeden Fall erstmal ein Objekt, wo wir anfangen können zu bauen. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Nevermind! Ah, das ist mal so eine Sache. Also wie gesagt, dieses Projekt ist ein Cut. Wenn wir das länger suchen, dann ist das leider so, ähm, Wie gesagt, ich möchte das einfach nicht kappen. Weil ich der Meinung bin, dass es blöd sind. Wie gesagt, dann soll live lernen sein. Und das ist so. Manche Folgen passiert vielleicht mehr. In manchen Folgen schaffen wir mehr, in manchen weniger. Hier kann ich halt auch allgemeine Themen ein bisschen ansprechen. Über Armorszene und so weiter und so fort. Also jetzt natürlich nicht die Armors News. Aber was mir auf dem Herzen liegt, kann ich hier trotzdem ganz gut sagen. Und zwar, ich bin immer noch unschlüssig. Die Basis möchte ich auf jeden Fall noch finden. Ähm, ich würde sagen, wie sieht's nicht aus? Oh, nee. Was ist das denn? Das ist doch keine Basis, Junge. Das ist ein Tor! Oh, nee, doch. Das ist ein Tor. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Äh? So. Ich habe was für mich, ob wir eine Konvoi-Mission machen. Oder ob wir eine Rescue-Mission machen. Oder, oder, oder. Da bin ich mir auch so einig. Wenn ihr Lust habt, Interesse habt, was wir eine Mission machen, schreibt es in die Kommentare. Dann gehe ich darauf ein. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge werde ich sicher ein, zwei Tage warten, bis ich voraufgenommen habe, wenn die Mission vergreased ist. Es kann aber dafür sein, dass eben in der Woche am 17. keine Folge kommt. Weil gerne würde ich euch dieses Feedback belassen, was wir jetzt im Endeffekt für eine Karte machen. Ähm, so. Äh, 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 äh. Hier bin ich immer schon schlüssig. Was ist das denn alles? Das ist ein zerstörtes Dörfchen? Was ist denn hier? Da musst du irgendwo eine kleine Militärwahrt. Das sieht gut aus. Ja, das sieht doch hübsch aus. Ja. Da haben wir ein bisschen abgelegt. Das Problem ist, wenn wir da rausfahren wollen. Das ist ja auch nur wieder mit Helikopter. Oh, du läufst halt drei Kilometer. Die nächste Straße. Ach, du Scheiße, ist die weit weg. Auch blöd. So weit in der Straße ist auch doof. Ein bisschen weg. Was ist hier das? Oh, nee. Ein kleines Sintianerdörfchen. Bäh. So. Äh. Nein. Ja. Da waren wir doch gerade, oder? Ja, natürlich waren wir doch gerade. So. Hier oben. Ich würde schon gerne in der Nähe von... Ach. Ich hasse diese Basen finden, finde ich immer schlimmste in der Anfangszeit. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Ich muss aber erst mal die Basen finden. So, wie sieht es hier aus? Das sieht doch gut aus. Guck mal. Das ist wie so ein kleines Camp. Das nehmen wir. Das ist wie so ein kleiner Medi-Chair-Checkpoint. Ah. Den nehmen wir. Okay. Hier haben wir unsere Stadtbasis. Und bevor ich das vergesse, werden wir es direkt auf der Karte markieren. Die Markierung entfernen wir natürlich später wieder, bevor gleich der erste Flame kommt. Ich sehe, wenn ich in drei Tagen ausmache. Basis-Marker. Basis-Marker. So. Werden wir dann auch wegmachen. Keine Sorge. Ähm. Ist nur erst mal vorüber gehen, damit ich die Basis auch wiederfinde. Hier werden wir anfangen, unsere Basis zu bauen. Und hier haben wir, denke ich, einen guten Ausgangspunkt. Warum? Wir sind etwas entfernt von der Stadt. Haben auf dem Weg. Haben wie so eine Route quasi. Wie so ein Checkpoint, der aktualisiert werden muss, wenn man durch will. Hier können wir also einiges an interessanten Sachen machen. Und als erstes werden wir auch mal anfangen, eine Schranke zu machen. Jetzt überlege ich immer, ich werde es mir nie merken. Ähm. Das ist das Traurige daran. Ich werde mir nie, 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 nie mich merken. Wie verdammt nochmal eine Schranke auf Englisch heißt. Das ist traurig, aber wahr. Ich schaffe es immer wieder. Barrel, Barrel, Beta Camp, Beta Camp. Warte mal. Ich überlege gerade. Das vergesse ich immer wieder. Schranke auf Englisch. Ich mache englische Videos mittlerweile, aber ich werde mir nie... Nee, Barrier ist falsch, aber du Bastard. Entschuldigung. Ich meine natürlich nicht euch. Ähm. Billboard. Nee, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja ein Schild. Das weiß ich auch. Danger Shield, ne. Barrel Dryer ist ein Stacheldraht. Ähm. 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 Es lag mir gerade auf der Zunge. Äh. Äh. Vor allem haben wir jetzt, wie ihr seht, nicht mehr das All-In-Armor Pack. Jetzt bin ich sowieso ganz verloren. Ähm. Schrank. Gebe ich Schrank im Englisch. Nein, oh Gott. Ähm. Ähm. Fences? Sieht gut aus. Bargate. Danke. Gefunden. Nee. Gate geht aber auch. Okay. Gate geht 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 geht. Bargate geht geht. Ja, Bargate. Ich wusste es doch. Uh 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 uh. So. So funktioniert das mal verwendet. Jetzt müssen wir aber, das sieht natürlich kacke aus. Diese Zeule finden. Ich will, dass wir die Wars finden. Geh falsch. Geh falsch. Geh falsch. Äh. Wir haben jetzt übrigens auch durch die Möglichkeit hier. Oh nein. Wir müssen aber neu starten. Wieso eigentlich? Was habe ich getan? Drück niemals auf Enter, liebe Kinder. Das geht ganz schön nach hinten los. Läuft, GG. Na super, Spectator krieg. Wir haben nicht mal eine Einheit platziert. Okay. Das läuft bei uns, so wie sich das gehört. Bevor wir das machen, müssen wir aber erstmal speichern. Weil, ich befürchte, es geht noch schief. Und deswegen gehen wir jetzt auf eine Seite. Ich poste euch militärische Operationsnamen. Und gehen die mal ganz kurz aufrufen. Ich schiebe sie euch auf die Seite. Da seht ihr das hier. Wahnsinn. Ähm. Ist die militärische Operationsnamen Generator. Gibt es eine tolle Seite. Ich habe sie nicht mehr. Fantasy Name, genau. Militär Operation. Und da haben wir die Seite. Das ist eine ganz coole Funktion. Können wir jetzt entscheiden, wie unsere Jungle heißt. Und ich finde, Jungle Fire passt doch ziemlich cool, oder? Ich würde sagen, unsere erste Mission heißt, ähm, Community. Jungle Fire. Speichern wir erstmal. Jetzt bewege ich Ace. Und, warte mal. Was geht? Oh, muss ich nicht mehr neu starten? Ich muss nicht mehr neu starten. Oh, das lag daran, weil ich einfach keine Einheit war. Wir werden gleich sehen, was passiert. Okay. Dann können wir erstmal arbeiten. Ich muss scheinbar nicht mehr neu starten. Ähm. Auch nicht schlecht. So. Wir suchen eine Schranke, beziehungsweise eine Mauer-Typ. Ähm. 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 Fences. Fences. Ich würde gerne eine Haar-Barriere machen, weil ich glaube, diese Mauer finden wir nie. Stone. Wir können mal Stone eingeben, aus Spine. Witchstone, Fallingstone, ähm, Blownstone, DOE, Rocks, Fences, Spurstone. Und, nein, Stone, oh, in, nein, nein, nein. Durch diese neue Mod jetzt, dadurch, dass ich mich mit All-in-Armer nehme, bin ich natürlich voll verwirrt. Denn, alles ist anders. Ich finde natürlich nicht mehr die Sachen, die ich vorher gefunden habe. Und auch ich muss sagen, Neuerungen sind gut. Aber ich bin immer noch verwirrt, deswegen. Aber das machen wir später, würde ich sagen. Ähm. Ich muss mich noch erkundigen, wo das ist, damit die ganze Folge nicht daran liegt. Wenn ich Schrank aus mir platzieren, jetzt hier, der Folge. Also, ihr seht, in der Folge haben wir jetzt nicht so viel geschafft. Das muss man einfach dazu sagen. Ähm. Und ich bin natürlich auch dafür euer Verständnis. Aber ich möchte natürlich, ähm, sagen, dass es ja... Ich hab's gesagt, ja. Ich mein, es ist nur mal so, ihr wisst alle, wie der Editor ist. Das funktioniert wunderbar. Oh, ich hab im Befang, äh, Barriere, 5 Block. Die können wir nehmen. Die würde ich auch gerne nehmen. Und, 3 Blocks. Der Folge muss ich aber kaum was zoomen. Höhöh. Ich mach einfach immer Folgen, wo ich nicht mit Triggeren arbeite. Also, wir werden hier nie Trigger sehen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja, natürlich auch mit Triggeren arbeiten. Äh. Ich will Harping and One Block. Ich will einen blauen Darm-Short. Nee, das ist falsch. Gut, dann können wir es einfach anders machen. Passt sogar. Nice. Hier müsste die Schranke, das müsste sogar noch passen. Das passt sogar. Das möchte ich noch machen, der Folge. So. Und jetzt möchte ich gerne hier, dass ich noch eine Haarbarriere durchmache. Warum? Sonst könnten die ja so rumlaufen. Wir werden dann übrigens von den Haarbarrieren die Simulationen verbieten. Später. Weil, damit wir einfach, ähm, ja Performance. Es frisst ja gar nicht viel Performance. Nein, aber es frisst trotzdem Performance. Und wenn wir Performance vermeiden können, können wir das auch vermeiden. Das ist ja okay. Ein bisschen kann sich das ja übergeben. Das wird kein Schwein auffallen. Außer euch jetzt, weil ihr sagt, naja, ich hab's gesehen, der ist geschummelt. Polnischer Bau, meine Freunde. Polnischer Bau. An alle Polen, keine Sorge. Ich bin nicht Polen falsch, aber weiß nicht, woher ich den Begriff habe. Ich glaube, wir haben mal in Minecraft, haben wir mal eine Mauer gebaut aus vier Blöcken und die innen haben wir einfach hochgelassen. Und irgendwie hieß es dann Polnischer Bau bei uns. Also keine Sorge, ich hab keine Vorurteile. Das war irgendwie nur mal ans Ding kommen. Man muss sich heutzutage sagen, ja. Das geht doch eins. Nice. So, das passt doch gut. Und jetzt haben wir uns mal unsere Außenmauern hingebaut. Das ist doch schön. Das ist doch super. Das ist quasi perfekt, sozusagen. Ähm, ja. Ich sehe, wenn ihr noch schon wieder 19 Minuten auf, ähm, nicht, weil ich jetzt hier so viele Klicks erzeugen will, sondern weil ich auch gleich noch einen Termin habe und den möchte ich gerne machen. Ähm, ganz kurze Information an alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Der Animationstutail wird diesen Monat noch kommen. Daran arbeite ich momentan, beziehungsweise will ich jetzt anfangen. Bitte habt aber noch etwas Geduld, was das Anzeige angeht. Und nun ja, ich würde sagen, mit diesen Worten werden wir dieses heutige Let's Create. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Projekten. Mir macht es wie immer Spaß, mir die Toch rumzugipen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt immer daran, Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Ihr seid die Besten. Kein anderer. Vergesst das bitte nicht. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Größten Respekt. Euer Martin. Tschüss.